Charlie, das ist Ihr Einsatz. Ich habe gehört, was gesprochen wurde, oh ja. Und ich bin bereit, diesen Weg auf mich zu nehmen. Aber das ist ja wundervoll! Frauen und Perlen. Beide üben bisweilen eine magische Anziehungskraft aus. Und nicht immer locken sie gute Dinge an. Oh nein, nicht immer. Aber das ist ja wundervoll!